Ich wollte doch gar nicht auf dich rauch, Bruder. Jetzt bin ich aber schon da. Hi. Sieht schon sehr süß aus wie Briar. Diese neue Skinline ist so heiß. Ich finde, Fright Night hätte so gut reingepasst für Briar, nochmal so in so Gov-Style. Ich finde, sie sieht so cool aus. Ich glaube, du musst aber auch aus dem Schuss das reinbeißen, oder? Das war ein echt geiler Pull, bin ich ehrlich. So, es wird nicht so eine große Range. Wenn ich das entscheiden nehme, ich kann nicht entscheiden, auf welches Ding geht. Okay, okay. Sorry. Boah. Boah, ist da gar nicht so schlecht. Ich habe die Krabbe weggemacht. Ich habe die Krabbe weggeschossen. Boah, ist die ganze Zeit dann wie mit Q-Spitchen. Ah, gut, sie wissen wir da. Aber... Ah, du hast recht. Wie cool ist das denn? Ich habe Bock, den zu fighten, bin ich ehrlich. Ich bin so bad. Oh mein Gott, kacke, Chat. Ich bin dafür dodgen. Easy. Oh, Bruder, bitte! Ja! Hahaha! Hahaha! Oh, die Axies sind echt riesig. Vielleicht komme ich da ran? Oh, es wäre so cool gewesen. Oh, es wäre so cool gewesen. All diese, diese Ultrange ist ja riesig, Bruder. Wollen wir schon noch nach? Ich hätte so Bock, da mitzumachen. Ich ja, ne? Ich komme nicht vorwärts. Ich hätte nicht den Fresh hinterher chasen sollen. Ich hätte hier chasen sollen. Ja, gar kein Problem, du. Gar kein Problem, du. Das fühlt sich so lustig an, das System. Du bist so, du bist so, ich mache gar nichts und der Champion macht alles von alleine. So, das ist sehr lustig. Ich komme nicht hinterher. Was ist das? Oh, nice. Okay. Ich komme noch an... Nice, Gin. Okay. Willst du gerne helfen, Mann. Okay, nice. Und bitte, dass ich mal was treffen. Oh, ja. Okay. Egon. Ich wollte gar nicht auf dich rauf, Bruder. Jetzt bin ich aber schon da. Hi. Oh, hab ich recht. Oh, hab ich recht. One eternity later. Hier drüben kann ich nicht. Ich fahr nicht mehr als elf, Mann. I wish well. Oh, es sah eigentlich schon gar nicht mehr so. Ich hätte doch ulten sollen. Es sah gar nicht mal so bad aus, bin ich ehrlich. Okay, okay. Okay. Okay, es war sehr fancy aus, bin ich ehrlich. Ich habe nicht reingebissen. Oh mein Gott. Vielleicht ist das das Problem. Ich beiße nicht in die Leute rein. Ich mache immer nur wehen, beiß ich rein. Wenn ich es mache, ist es einfach besser. Wann, wann, gehen wir jetzt die nächsten. Okay, das hat nicht so viel gebraucht, bin ich ehrlich. Gehen wir mit, jetzt go. Oh, Bruder, ich will ran. Ich kann ranflashen, okay. Interessant. Oh, Bruder, wo bin ich denn hin? Hier war jetzt die Baron-Chat. Oh, ja. Nee, warte. Okay, okay, ich verstehe es langsam. Okay, Q. Bam. Okay, okay, okay. Das mit dem Nachchasten mit der Weaver war eine gute Idee. Wer auch immer das gesagt hat von euch, megageil. Fun, ich chase dich einfach, Kollege. Chasing you till the end. Ey, wir sind langsam wieder auf der Spree unterwegs. Schönes Ding. An sich fühlt sich Briar ziemlich stark an 1v1. Aber ich glaube, in Teamfight musst du erst noch so ein bisschen gucken, wann man dazu joinen. Ey, die Ult kann wirklich über die ganzen Map treffen, ne? It's crazy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.